Guten Abend und guten Abend! Die überdeu'en Seth White-Nacht aus Großbritannien! Lala Pordenfeiler, Ego E.T.S. Franz, Ego Kenneth Bruce Hansen, in White Romani Hummel, in Yellow Martins Wolinski und in Green Seth White-Nacht! So liebe Freunde, Josef Bropi hat schon gesagt, Applaus gibt's, Lern gibt's hier in München! Denn egal, was jetzt passiert und wenn er nur ganz gemütlich auf Rang 5 einfährt, völlig egal, wer ist der neue Weltmeister 2023? Wir sind Martin Schauschke! Oh! So, die erste Runde ist, dann sollten wir jetzt auf der Schiene. Jetzt können wir noch mal was hören, wir haben noch zwei Minuten zur Wahl, ja zu vieles haben wir mitgebracht vom letzten Mal. So, die erste Runde ist, dann müssen wir jetzt auf der Schiene gehen, dann müssen wir jetzt auf der Schiene gehen, dann müssen wir jetzt auf der Schiene gehen. No worries! So, die erste Runde Yeimler nominen, da müssen wir jetzt auf der Schiene gehen, dann müssen wir dann auf der Schiene gehen! Vielen Dank.